Bauer sucht Frau, Giftnatter ins Haus geholt, bittere Kritik an Siegfrieds Hofdame. Da pampet was in meinem Herz sagt Bauer sucht Frau, landet Siegfried über Simone und schickt Patricia nach Hause. Für die Zuschauer eine absolut unverständliche Entscheidung. Total eifersüchtig, Siegfried schickt Hofdame Patricia heim. Die Gefühle kochten in der Bauer sucht Frau Episode vor im 28.11. Nicht nur bei Hofdame Patricia, 52, über, die auf Siegfrieds Hof die Koffer packen musste. Der 64-Jährige sei unbeholfen im Umgang mit Frauen. Wenn Siegfried und Simone meinen, das ist die große Liebe, ich gönn's ihnen, sollen sie glücklich werden, aber ich möchte jetzt gehen, so ihr bitterer Kommentar. Und auch Siegfried hielt mit seiner negativen Meinung über Patricia nicht lange hinterm Berg. Sie habe seiner Meinung nach keinen Arbeitseinsatz, keinen Eifer, keinen Fleiß gezeigt. Außerdem sei sie total eifersüchtig. Sein vernichtendes Urteil über die alten Pflegerin aus Schleswig-Holstein, mit so einer Frau kann ich nichts anfangen. Punkt Bauer sucht Frau Zuschauer entsetzt. Jetzt hat er sich eine Giftnatter ins Haus geholt. Doch die Meinung der Kuppelschutz-Schauer fällt komplett anders aus. RTL fragt auf dem Bauer sucht Frau Instagram-Kanal, ob sich Siegfried richtig entschieden habe. Die klare Antwort, nein. So heißt es unter anderem in den Kommentaren. Doppelpunkt Punkt, das war definitiv die falsche Entscheidung. Erleichtertes Gesicht. Nein, hat er nicht. Er wird es bald merken. Punkt falsche Entscheidung von Siegfried. Jetzt hat er sich eine Giftnatter ins Haus geholt. Ich glaube, er hat sie vertauscht. Punkt er hat doch diese Simone beschrieben, als er Patrizier rauswehte. Nachdenkliches Gesicht, beschämtes, lächelndes Gesicht. Falsche Entscheidung. Aber Karma kommt, zwinkerndes Gesicht. Ich finde, dass er sich von Simones Aufdringlichkeit beeinflussen ließ. Er hat keine Ahnung von Frauen und wird sich wohl noch wundern. Falsche Entscheidung. Sei bloß froh, dass du von dem Weg bist. Doch auch mit dem Bullenzüchter gehen die Zuschauer hart ins Gericht. Ihr Fazit. Patrizier könne froh sein, dass sie gehen konnte. Er hat die Frauen gegeneinander ausgespielt und Patrizier dann als eifersichtig bezeichnet. Etwas mehr Selbstreflexion würde ihm gut stehen. Patrizier kann froh sein, nach Hause geschickt worden zu sein. Mir ein Rätsel. Was dir an dem Finden Ausrufezeichen. Sei bloß froh, dass du von dem Weg bist. So was von unsympathisch. Hast du echt Glück gehabt, Daumen hoch, vierblättriges Kleeblatt. Simone ist schon ein bisschen verliebt in den Siegfried. Nichtsdestotrotz ist die 54-jährige Simone nach der Entscheidung happy. Ich bin froh, dass wir Zeit für uns haben. Bin schon ein bisschen verliebt in den Siegfried. Kann mir auch vorstellen, dass es mit uns passt und mehr wird. Punkt Bauer sucht Frau, heiß. Siegfried verschwindet mit Simone im Keller. Punkt der Bauer sucht Frau Kandidat genießt in der Folge am Montag, 27. November, mit Anwärterin Patrizier erst einmal ein paar schöne Minuten zu zweit beim ersten Kaffee und Brötchen, während sich Simone noch im anderen Zimmer fertig macht. Die Chance für Patrizier, Siegfried in Ruhe kennenzulernen, ohne dass eine andere Frau dazwischen funkt. Doch da hat die Kandidatin nicht mit ihrer Konkurrentin gerechnet ausrufezeichen Punkt als Simone nach einer Weile zu den beiden dazustößt, ist sie zunächst nicht nur überrascht, sondern auch sichtlich sauer, dass niemand an sie gedacht und für sie mitgedeckt hat. Die Folge, Siegfried besorgt Simone zum Frühstück alles, was ihr Herz begehrt, sehr zum Unmut von Patrizier. Die sagt später in die Kamera, wenn Simone auch Hunger hat, kann sie sicher auch den Tisch decken. Sie ist ja eine Frau, also wird sie ja auch wissen, wie man einen Tisch deckt. Weil der Landwirt glatt vergessen hat, den Tisch auch für Simone zu decken, will er es anschließend wieder gut machen, ihr den Kellerraum zeigen, den er als Kühlschrank nutzt. Zuvor war er auch mit Patrizier schon dort. Doch Simone weiß offenbar besser, wie Frau sich einen Mann angelt. Patrizier ist deshalb nicht gut auf Simone zu sprechen. Simone hat sich den Keller zeigen lassen, um allein mit Siegfried zu sein und mich ein bisschen abzuschirmen. Ich male mir nicht aus, was passieren könnte, wenn ich nicht dabei bin. Von wegen. Obwohl Patrizier noch da ist, geht es im Keller zwischen den Bauern sucht Frau Kandidaten zur Sache. Simone friert im Keller, lässt sich von Siegfried ganz Gentleman-like umarmen, um Wärme abzubekommen. Das nutzt sie dann auch schamlos aus und küsst den Landwirt einfach auf den Mund. Der scheint perplex zu sein, lächelt die Situation schließlich weg. Patrizier hat in der Küche keine Ahnung von all dem, doch sie darf sich auf weitere Kussangriffe ihrer Bauersuchtfrau mit Streit hingefasst machen. Die kündigt nämlich schon an, der Kuss mit Siegfried hatte so das Gefühl, es war ihm peinlich. Er ist vielleicht aus der Übung. Aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben und mit ihm weiter Küssen üben. Punkt die neue Folge von Bauersuchtfrau kommt um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen kannst du auch in der RTL Plus Mediathek sehen.